Ich habe mir mal ein paar PDF-Dateien ausgesucht, um Ihnen eine wirklich interessante Neuerung im Pitstop 2019 vorzuführen. Dieser kleine Schneemann hier, der schaut auf den ersten Eindruck ganz, ganz simpel und einfach aus. Geht man jedoch hin und wählt einmal mit dem Objektwerkzeug im Pitstop alles aus, ich mache das mit Bearbeiten, Alles auswählen, dann sieht man, da ist doch noch einige Komplexität dahinter versteckt. Ich werde ein weiteres PDF öffnen, einmal diesen Stern hier und Sie sehen, da hat sich auch einiges getan. Ich mache dasselbe, Command-A für Alles auswählen oder unter Bearbeiten Alles auswählen und da dauert es ein Weilchen und dann sieht man auch hier, hier hat es einige Ankerpunkte und Pfade und das kann doch so manches RIP in die Knie zwingen. Eine weitere Datei, die ich zeigen möchte, ist diese hier. Das ist typisch für CAD-Programme und ich werde auch da einmal mit dem Objektwerkzeug aus Pitstop alles markieren und wenn ich einzoome hier, da sehen Sie, all diese Punkte, all diese Ankerpunkte müssen von einem RIP berechnet werden. Auch das kann zu ziemlichen Ausgabeschwierigkeiten führen. Eine weitere Datei, die ich zeigen möchte, da habe ich etwas zusammengestellt, was vielleicht hatten Sie diesen Effekt auch schon. Ich öffne das. Da hat jemand in Illustrator, das war ich jetzt, das in Pfade umgewandelt und dann sehen Sie auch, da hat es doch einige Pfade. Wenn ich auf Inspektor gehe, den Pitstop Inspektor, erkennen Sie 672.536 Ankerpunkte. Nun, ich möchte nicht diese PDFs alle in Photoshop öffnen und umrechnen. Nein, jetzt neu in Pitstop kann ich selektiv einzelne Objekte in einem komplexen PDF rastern, sodass ich nicht die ganze Seite und auch Textobjekte rastern muss. Wie das geht, gleich in diesem Workshop. Untertitelung des ZDF für funk, 2017